hallo hier ist wieder euer pembers tester heute habe ich wieder eine babywindelpackung bekommen die baby soft ultra 3 12 bis 25 kilo junior hier mit einer 24 stückpackung ist aus dem jahre 2009 ist für boys und girls geeignet hier von vorne die packung von der rückseite hier nehme ich sie raus füllt ist noch in plastik man hört das rascheln hat nur vorne motive hier von vorne hier von der rückseite sonst ist sie komplett in weiß und nur hier in der mitte ist es dehnbar hier sieht man dieses dehnbar hat keinen stritsch auf den seiten hat aber einen kompletten saugkern von vorne bis im hinterbereich komplett auch hier sieht man links und rechts doppelten auslaufschutz hält alles drinnen also hat eine länge von 52 cm und eine gute bis sehr gute saugleistung von 0,71 liter also 710 milliliter saugleistung der bauchumfang würde gehen ab 43 cm optimal noch bis etwa 56 cm und maximal vier dass man es gerade noch zu machen kann hier auf den seiten bei etwa 59 cm dann würde es zu eng sein und hier die baby soft ultra 3 von vorne und man sieht es ist komplett in plastik von der rückseite auch hier sieht man optimal im schritt von vorne von der rückseite und man sieht hier kein stritsch deswegen ist es hier auch sehr breit und man sieht das das rascheln wenn man geht hört man das rascheln also ist noch in plastik aus dem jahre 2009 hat keinen stritsch hat doppelten auslaufschutz kompletter saugkern ist optimal im schritt raschelt beim gehen und in der mitte ist es elastisch und dadurch gut dehnbar und kommt aus england und hat eine gute passform ich habe es über eine stunde wegen schritt bewegung und saugleistung getragen und ich sagen gut so das war wieder die baby soft ultra 3 junior hier mit der 24 stück packung für boys und girls so und das war es wieder für euch ok so